moin leute und herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal diesmal dreht sich alles um den apex shop es ist ein neuer apex shop in den shop bekommen und den wollte ich euch heute mal zeigen falls ihr apex mögt oder es auch nicht mögt oder einfach ein bisschen was anderes auch mal sehen wollt außer nur fortnite lasst gerne ein like da wenn nicht lasst auch gerne ein like da würde mir natürlich alles freuen ein abo das war natürlich premium wer es macht das wäre schon mal wirklich ehre aber jetzt fangen wir mal an exklusiv da gibt es hier den code red legendären skin für gibraltar dann gibt es hier noch für die devotion ein kopfgeld jäger waffen skin legendär auch richtig cool und kostet so viel devotion waffen skin auch legendär blei farmer ultra geil angezündet noch mal für ihn gebreiter legen die uns gegen den bunker basta auch cool kann man nicht sagen massiv gibt es noch mal ein waffen skin der kammerjäger die sind alle so nice irgendwie aber das ist ja mein absoluter favorite skin ähm re 45 ähm der waffen skin jäger ultra geiler waffen skin ultra geil das war jetzt mal ein kleines shop video falls euch gefallen hat könnt gerne ein like oder ein abo da lassen das würde mich sehr freuen und dann würde ich sagen tschau bis zum nächsten